Heute besuche ich mal die Firma Stingel. Ich bin schon mal gespannt, was uns hier erwartet und was den Teilnehmern geboten wird. Seht selbst! Musik Und, wie war's, Baggerfahren? Cool! Hat Spaß gemacht! Ja! Niklas, was hast du gerade gemacht? Ich bin gerade Radladung gefahren und habe im Kieshofen was umgeladen. Musik 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 Wow, was für ein Firmenerlebnistag hier bei Stingel. Die Teilnehmer hatten sogar die Möglichkeit, selbst Radlader und Bagger zu fahren. Was für eine coole Sache. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik